Wann sollte man Vanessa Schulz, die Kandidatin, von die Partei, die Partei wählen? Man sollte Vanessa Schulz wählen, wenn man eine Oberbürgermeisterin haben möchte, die sich für mehr Klima- und Umweltschutz einsetzt. Wenn man eine Oberbürgermeisterin haben möchte, die sich gegen Gentrifizierung einsetzt und die auch mal Politik mit einem Augenzwinkern macht.